Da ist der Guzua auch, ich streame gerade mit Lichtle, aber das seht ihr dann später. Einfach direkt im Stream, mega. Ja, direkt, weil ich das halt eben auch aufnehme. Dann hat man einfach die Möglichkeit, das halt bei beiden zu sehen. Das ist halt schon besser irgendwo. So, können wir... Ich weiß, Minions könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Dann kann man vielleicht sagen, ich weiß nicht, sollen wir den Loot, also den Liga-Bonus dazurechnen? Nein, nein, weil den siehst du ja jetzt so im Anhang nicht und deswegen, nein, Liga-Bonus zählt nicht. Okay, okay, okay. Geht's los? Ich werde es halt schwer haben, weil ich keine Rathus 8 mehr angreifen kann. Du bist eine kleine Pussy, du hast einfach mal 20 Chubs mehr. Ja, stimmt, das stimmt. Das ist einfach mal, das darfst du nicht vergessen. Geht's los? Obwohl der Loot auf Rathus 10 doch schon sehr viel schlechter ist. Also werden wir sehen, wer von uns da gewinnt. Ich müsste noch schnell die Truppen fertig machen. Und ich habe noch einen Lava-Hund. Ich habe noch einen Lava-Hund. Ja, ich habe noch Heiler ohne Ende. Hallo? Kann ich vielleicht im Klankrieg spenden? Drachen? Ne, Drachen lohnt es nicht. Ich glaube, wenn du den spendest, dann bist du gleich... Queen Walk, geil. Oh, cool. Einer wollte Queen Walk. Sehr gut, dann bin ich nicht gleich mein Zeug los. Das ist sehr geil. Ja, stimmt. Du kannst ja eigentlich am Anfang gleich einen Queen Walk machen. Nee, nee, nee. Ja, klar. Aber das würde vom Loot her und von der Zeit her nicht passen. Ach, stimmt. Da suche ich mir lieber einen, der da richtig... Na, ich meine, ich gucke mal gerade, wie viel... Ja, ich habe sechs Heiler und vier vierzehn. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, da würde das Dunkle ja nur jetzt in Anführungsstrichen zählen. Da kriegst du ja nicht so viel Loot. Ja, stimmt, das stimmt. So, ich schaue mal ganz schnell wegen Truppen. Ich bin jetzt bei 147. Ich booste auch nochmal schön meine dunklen Kasernen. Achso, okay. Nee, die booste ich nicht da. Damit greife ich nicht an. Aber kannst du. Wie gesagt, du hast freie Auswahl. So, und jetzt nochmal die Zauber. Die muss ich auch nochmal booste. Hast du schon Zauber? Ja, 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 ja. Klar. Okay, dann mache ich es vielleicht so, dass ich beim ersten Mal die Zauber jamme. Mach wie möglich. Damit wir gleich auf sind. So. Dann nochmal ein paar Heil und vielleicht ein Wut nach. Das ist gut. Zack. Jo, ich bin bereit. Nein, Truppen noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Eine Sekunde noch. Licht ist wieder zu lahm. Ja, ja. Oh man, Clan voll. Ja, das geht uns öfter so. Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Ich habe es echt vergessen. Irgendwas war da noch. Irgendwas war da noch. Hittet den Like. Alter, ihr habt schon 200.000 Likes. Genau. Du sagst es. Du sagst es. Es hat etwas mit den Likes zu tun. Und zwar habe ich mir gedacht, gut, heute machen wir mal wieder einen Dorfbesuch am Ende. Das heißt, der Top-Liker bekommt heute mal wieder einen Dorfbesuch. Das heißt, der, der am meisten auf sein Handy, ich sag mal, draufhaut, beziehungsweise... Draufhaut, genau. Das wollen wir im Video sehen, genau. Beziehungsweise drückt. Der kriegt dann den Dorfbesuch am Schluss. Wie immer nicht vergessen, dass man sich dann auch wirklich im Chat meldet. Das hatten wir letztens. Da hat dann einer den Dorfbesuch gewonnen, aber... Hat nicht gemeldet. Hat sich am Ende nicht gemeldet. Und das ist dann doch schon ziemlich komisch. Also auf jeden Fall am Schluss melden. Geht's los? Warte. Truppenmäßig 234 von 40. Ja, komm, passt, oder? 6, ja, ja, 3, 2... Hast du eine Stoppuhr? Warte, kleinen Moment, kriegen wir... Ja, klar, warte, warte, warte. Timer. 15 Minuten, meinst du, ja? Machen wir vielleicht 20? 20? Entschuldigung. 1 Sekunde. Ich schaue mal kurz im Angriffs-Lock. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, es gibt nur 10 Angriffe im Angriffs-Lock. Ja, aber trotzdem, ja, das... Na, dann machen wir 15 erstmal. Und dann gucken wir mal. Dann machen wir 15, ja. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, okay, okay. So, okay. So, erstmal ein Rathaus 8. Der wäre zwar inaktiv gewesen, aber der war... Ich hab gleich... Ja, ich hab grad einen inaktiven, aber auch ist nicht der Mega-Loot auf jeden Fall. Ähm, ich... Wie gesagt, das ist halt echt so eine Sache. Auf deinem Level ist halt einfach der große Vorteil, dass du noch Rathaus 8 angreifen kannst. Und sogar so ein bisschen Rathaus 7, ne? Ja, aber die 7er krieg ich auch in dem Bereich nicht. Also, ich geh jetzt halt wirklich einfach nur auf... Aber, ey, weißt du was? Ich glaube echt, wir müssen... Wir müssen uns die Sachen... Äh... Alter, der hat... Der hat 3... Oh, ich muss einen Queenwalk machen. Ich seh grad, der hat 3K Dunkles. Oh. Erstmal schön ablenkt. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ey. Schön erstmal einen Queenwalk hinzimmern. Und, äh, erstmal die... Ja, gut, dann hab ich nochmal ein bisschen mehr Zeit, um jetzt einen Gegner zu suchen. Einfach mal spammen, weil... Wie gesagt, ey, 3K, ganz ehrlich. Wie ist der da? Bei dir? Was meinst du? Von den normalen Ressourcen? Wie ist der da? Äh, gar nicht. Das war nicht viel. Aber ich dachte mir halt, gut, okay, dann macht man wenigstens. Aber, äh, ja, bei 3K... Oh, ja, das war... Ey, das ist echt in den Bohrern komplett... Alter. Aber... Ich find grad gar nichts. Ja, ich überleg grad, ob ich mit der Queen wirklich einmal... Doch, ich hab was, ich hab was. Auch wenn's ein Rados 8er ist, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wie viel, wie viel Loot würdest du bekommen? Es sind nur 140.000 von beidem. Aber, ich sag mal, das ist schon ganz gut für mein Niveau. Weil, wie gesagt, auf Rados 10, du wirst es selbst merken. Du schätzt es gar nicht so stark ein, aber... Auf Rados 10 ist der Loot einfach... Ich sag, nochmal mal ein Viertel schlechter als auf Rados 9. Es ist schon ziemlich krass. Okay. Und da bringen die ganzen Meertruppen auch nicht wirklich viel, weil inaktive Gegner, da brauchst du ja eigentlich nicht mal alle Truppen... Ja, das stimmt schon, da hast du schon recht. Das ist schon wirklich so. Ich guck mal gerade, wie viel Trupps... Alter, ich hab so viel Trupps rausgeballert. Ey, weißt du was? Ich will ja auch nicht hier so ganz verlieren hier. Dann... So, vielleicht nochmal für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was wir gerade machen. Es geht darum, dass wir beide einen Angriff machen. Angriffe machen. Das innerhalb von 15 Minuten, so viele wie man schafft. Und derjenige, der dann am meisten Ressourcen bekommt, beziehungsweise erfarmt hat, der hat dann gewonnen. Und der Verlierer muss eine schöne Bestrafung machen. In dem Fall muss ich... Was war's? Angriff mit Kobolden im Klankrieg machen und... Alter, 304? Nein. Alter, Halsmaul. Oh, hab ich... Aber da sind die Trupps einfach zu bad. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Ich will dir gar nichts sagen, sonst... Oh, richtig. Also, 390k Gold. Und, äh... Aber... Aber kommst du rein oder kommst du nicht rein? Ich weiß es nicht, ob ich reinkomme. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich bin gerade... Okay, das heißt, es ist nicht komplett inaktiv. Das ist schon mal gut für mich. Das ist schon mal gut für mich. So. Genau, da fragt jemand Top-Liker. Ganz genau, der erste ist im Moment Laowin12 mit 5000 Likes. Das ist im Moment der erste Platz. Und du bist im Moment so derjenige, der den Dorfbesuch bekommt. So. Ich war... Ich greife einfach an. Egal, ob ich... Ja, klar. Logisch. Es macht nichts. Digga, läuft. War scheinbar. Hast du bis jetzt einen guten Angriff gemacht von Luther? Ja. Ich bin gerade dabei. Okay, okay, okay. Äh. Oh, er fühlt sich gerade richtig... Oh, er kann in die nächsten Tage nicht laufen. Oh, yeah. Ich glaube, du wirst mich richtig schön zerlegen. Ich glaube es nicht ganz. Oh, schade. Ich habe an der Seite einen dunklen Bohrer. Ich bin immer noch so Bohrer fixiert. Es ist echt krass. Ja, wenn du mal viel Dunkles sammelst, wie du farmst, dann bist du echt fixiert. Ja, ja, doch, doch. Also richtig übel. Der hat sogar einen Inferno, aber, äh, ja, ist mir egal. Aber wiederum, wenn meine Queen jetzt geschnetzelt wird, wäre halt nicht so gut. Und ihr wisst selber, das Heilen dauert halt Ewigkeiten. Das reicht mir schon vom Lut. Aber ich bin bei... 145.000, nee, lohnt sich nicht, fuck. Ich habe bei dem auch nur 183 gegettet. Das war jetzt auch nicht so die Masse. 200.000 von beidem. Aber der ist nicht inaktiv, Mann. Da, der hatte schön, äh, der hätte schönes Dunkles, schönes Dunkles, deutsch mal wieder on top. Ja, läuft bei dich. Da, 200. Oh mein Gott. Die Leute sehen alle so inaktiv aus, aber im Endeffekt, die haben gar nichts. Okay. Ha, das ist echt, ja, das ist so eine Sache. Oh, Nova hat mir wieder nice Level 2 Hexe gespendet. Ich wollte schon sagen, gerade Level 6 Hexe. Ja, auf denen es einfach übel verlassen. Das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Ah, hier ist auch wieder einer der Heilpfeest. Ich habe gerade schon so einen Angriff begonnen, aber im Endeffekt, das lohnt sich einfach nicht. Ich weiß, was du meinst, man denkt sich, oh, schnell, 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 schnell. Wenn du für 50.000 angreifst, ist es... Nein, nee, für 50.000 lohnt sich echt nicht. Ja, bei mir ist echt... Kleiner Zwischenstopp, äh, 10. Wie gesagt, du schätzt es immer ganz falsch ein, weil im Endeffekt, es ist echt krass anders, der Loot auf Rathaus 10 von Rathaus 9. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass du das doppelte, dreifache von mir bekommst. Uh, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Alter, ich auch. Schon wieder. Ja, Digga, ey, wie gesagt, Rathaus 9, Loot, der ist zu heftig. Ey, und wie gesagt, da kann auch keiner sagen, äh, warum gehst du nicht schon auf Rathaus 10? Weil ihr seht es einfach wirklich. Hier seht ihr es einfach, es ist halt nicht immer Gold, was glänzt. Beziehungsweise die Leute sehen es nicht. Ja, ja. Ach so, du nehmst dir auch auf. Ich nehm auf, ja, ja, genau, ich nehm auch auf. Also, ihr könnt euch das im Nachhinein dann bei mir auch angucken, ganz normal, äh, auf meiner YouTube-Seite, dann das passt. YouTube-Seite? Ja, ihr wisst, was ich meine hier. Nee, also Kanal sagen, das tue ich nicht. Ich sag lieber YouTube-Seite. Du bist ein Sack, Alter. Jetzt holen wir hier nochmal meine zwei Hexen raus. Wenn es zwei waren, nee, ich glaub, es war nur eine. Da war der Nova ein bisschen, äh, unspendabel. Ich sag auch unspendabel. Wie viel hast du bis jetzt circa gemacht, sodass ich, dass ich mich orientieren kann? Nur so insgesamt, so ganz grob zusammengerechnet. Ich würd jetzt mal insgesamt tippen, 500k. Also insgesamt Gold und Elixier. Genau, genau, ich denke 500k. Ich glaub, ich bin in einer ähnlichen Region. Ich hoffe es. So, das sollte hier jetzt eh nicht mehr werden. So. Du spielst auch am PC, oder? Ja, genau. Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch hier nicht so. Das ist, ich sag mal, bei einer Go-Wipe oder sowas, da wär's eventuell interessant, wie man angreift, beziehungsweise, dass man halt Multi ... Nee, nee, mit Barge ist schon krass, also der Unterschied, weil du eben nicht so schnell die Truppen setzen kannst. Ja, okay, ja, okay, das ... das ... ja, okay, da hast du recht, aber ... weißt ja. Okay, ich hab noch mal einen halbwegs guten Gegner weggeholt, ich greif einfach die ganze Zeit an, mir ist jetzt egal, ob ich hier alle Truppen habe oder nicht. Nochmal, das ist ein Radius 8, aber vom Loot, ich weiß nicht, doch, es lohnt sich eigentlich schon. Ist halt die Frage, ob sich das denn mit meinem Angriffs-Lock ausgeht, muss ich gleich mal sehen. Also, ich sag mal so, ab dem fünften Angriff mach ich mir Gedanken und werd, denk ich, mal einen Screenshot machen, nicht, dass ich hier dann voll drüber bin. Sag mal, wie lang ist noch? Nur so zum Orientieren. Äh, kleinen Moment. Wir sind jetzt bei ... also, wir haben noch acht Minuten. Okay, okay, okay. Und es sind wirklich nur zehn Angriffe im Angriffs-Lock, ja? Ja, zehn Stück. Das heißt, da kann es knapp werden. Ja, ja, ich hätte mir lieber wirklich das vorher ... oh, ich wollte gerade sagen, der hat 900.000 Loot, aber das war ... nee, das war ... nee, nee. Das wäre schon heftig. Also, nur von einem dachte ich, also vom Alex 900.000. Ja, das kann aber theoretisch, das gibt's ja, also es kann sein, theoretisch. Nee, war aber nicht der Fall. Ja. Leider. Ja, ich hab noch 89 Truppen, ich glaube, ich muss jetzt echt ein bisschen warten. Du, ich jam mir die gerade. Was, wirklich? Natürlich. Ja, sag mal. Warum, wie, wieso, warum nicht? Also, ja, gut. Lol. Der will wohl jemand wirklich gewinnen. Hä, wie, wieso? Ich dachte, ohne Gems ist es ... Nein, 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 ach, deswegen hast du doch den Boost drin. Ach, am Arsch. Ich hab mir grad sogar die Zauber gejammt. Ah, Leska, ich hab noch gar nicht mehr Zaubern angegriffen. So sieht's aus. Läuft bei dir, Junge. Zwar rückwärts und bergrunter, aber egal, immerhin. Oh, ich hätte 400.000 Gold, aber ey, ist nicht inaktiv. Fuck. Mist. So ein Mizzet, wa? Ja, ist halt ... Son of a bitch. Darf man das sagen, ja, wa? Doch. Ja, klar. Also, sag mal, im Stream gibt's da keine Grenzen. Wäre ich hier ... Wären wir irgendwie im TV oder so, dann ... Im TV, ja. Ja, wäre das vielleicht nicht so toll, aber ... Ja, ich denk mal, du weißt, was ich meine. Ja, klar, logisch. Logisch. Wir werden auch alle von Kula gesponsert. Ho, ho, ho. Mit wem streamst du zusammen und wie heißt der auf Camcord und YouTube? Das ist der Guzo, wa? Genau. Ich denk mal, ich mach deine Verlinkung einfach nach der Challenge. Oh, du bist so ein sweeter Boy. Du bist so ein sweeter Boy. Ja, wie gesagt, also, wenn ihr neu beim Lichtle seid, dann kennt ihr mich noch nicht so ganz, aber sobald ihr schon den Lichtle was länger kennt, dann, äh, solltet ihr mich auch kennen. Äh, ja, Guzoa. www.youtube.com.com.com.com.com.com Guzoa. Guzoa. Hä, das könntest du eigentlich machen. Du könntest theoretisch mal Klamotten verkaufen und einfach Guzoa nennen. Ja, genau. Ja, oh, das ist ziemlich geil. Das ist, äh, das ist, ähm, aber auch, man kann auch dann fragen, wer Guzoa, wer, auch nicht schlecht. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja. So. Ja, ich denk mal, du hast da eine, eine offene Karriere hier mit deinem, mit deinen Klamotten. Ja, genau. Guzoa. Das ist ziemlich geil. Guzoa. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, shit, der hat einen Golem in der Klamotten, hab ich auch, seh ich auch nicht oft. Ja, das stimmt, das, das hat man selten, ja, das stimmt. Jetzt gucken wir mal gerade, wie es aussieht. Fünf Minuten noch, ich guck mal kurz in den Angriffslock, nicht, dass ich halt eben übelst drüber bin. Nee, ich hab, ach, ich hab noch am Arsch, Alter, ich hab erst gemacht, eins, zwei, drei, vier Angriffe. Oh, und ich dachte, ich wär schon so gut wie durch. Okay, okay, okay. So kann man sich irren. Okay, ich mach grad einen Angriff, ich geh da grad richtig rein, ist halt die Frage. Alter, hast du Loot. Alter, 3,7 KD, Alex. Ja, nee, aber der ist ja nicht inaktiv. Ja, ja, schon klar. Ich geh da grad ganz normal rein. Also die Barbaren sollten jetzt noch ein bisschen was wegholen. Komm, 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 behalte euch. Nein, eine Riesenbombe. Ich hab die grad, nee, den nehm ich nicht. So, ich beende nochmal. Ja, doch, es hat sich gelohnt. 350, klar, das passt. Ja, und hilft. So, dann jam ich nochmal schnell die Helden. Och Gott, schon wieder so ein jam-lastiger Stream. Ist schon heftig. Mr. You, ich heiß Guzoa. Also G-U-S-O-W-E-R. Ganz genau, ja. Ich glaub, der trollt dich gerade, weil er fragt, wie heißt Guzoa auf Camcord. Ja, der trollt dich. Da schreibt jemand, die Klamotten würde ich kaufen. Ja, der hat schon mal Geschmack. Jungs und Mädels. Also, wie lange haben wir noch? Kleinen Moment, ich gucke. 4 Minuten 40. Alter, hier haben die einen fetten Loot. Ein bis zwei Angriffe. Ein bis zwei Angriffe müssen rausgehen. Ja, locker, locker, locker. Aber wie gesagt, halt eben auch nicht nur Kacke, sondern man muss halt dann schon wirklich halbwegs qualifiziert aussuchen. Ja. Sonst. Nice. Alter, ich sag es immer wieder. Es ist zu Streamzeiten echt episch. Das geht so übel ab. Ich hab einfach mal, äh, fast 5K im DLX-Bereich könnte ich ziehen. Krieg ich natürlich nicht, klar. Aber, ähm, richtig übel. Ja, das heißt, greifst du den an oder nicht? Ja, klar, logisch. Ich greif den trotzdem an. Ja, ja, weil der ist... What the fuck? Also, die Base, die ich grad sehe, das ist... Das sehen wir jetzt so Dreier-Vierer-Mauern. Ja, läuft bei ihm mal. 400K-Elex, nee, lohnt sich auch nicht. 400K-Elex? Klar, lohnt sich das. Nee, 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 der war nicht inaktiv. Das war alles drin. Weißt du, ich... Würde nicht dieser, ich sag mal, Schutz eingebaut worden sein, dass man mit dem Blitzzauber keinen Loot mehr holen kann? Ja, ja, klar, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hätte mir einfach für diese Challenge... Ja, nur Blitze. ...80.000 verschiedene Blitze gejammt und dann einfach immer schön auf die Max-Bases, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das wäre ein bisschen unfair, aber es würde theoretisch gehen. Ja. Unfair ist doch dein zweiter Vorname. Ja. Boah, jetzt geht der auf die 27er-Queen mit seinen ganzen Barbaren, ey. So ein Idiot. Ey, das könne sich lohnen. Doch, 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 doch. Ah, fuck, ich habe meine Zauber nicht mitgenommen. Nicht ganz zumindest. Nee, na, meine auch nicht. Wie komme ich da am besten rein? 300, doch, Gold lohnt sich mehr. Ich gehe von der Seite hier rein. Ich mache einfach mal den Blitzzauber hier drauf. Dann kommen die Riesen rein. Zack. Jetzt Bogenschützen hinterher. Ich hoffe, ich komme da rein. Ich habe meine Helden und einen Rage-Zauber. Das müsste eigentlich passen. Das müsste eigentlich klappen. So mit Barbaren. Ich habe keine Mauerbrecher, das ist das Ding. Ja, ja, okay, aber das ist halt eben auch mal so eine tricky Kiste, ob man dann wirklich mit den Mauerbrechern dann wirklich gut wegkommt, weil dann musst du halt wieder noch mehr überlegen und sitzt dann da und denkst dir, hm. Jetzt sind halt zwei Mauer... Doch, ich komme rein, ich komme rein, ich komme rein. Ich hoffe, ey, wenn ich da irgendwie mehr als die 50% bekomme, beziehungsweise mehr als die drei Lager bekomme, dann wäre das schon echt Bombe. Das Gold, das lohnt sich auf jeden Fall. So, Königin hängt bei der Mauer fest, obwohl daneben offen ist. So kennen wir sie, die Königin. Jetzt müssen die Truppen eigentlich... Nein, König, du gehst jetzt nicht echt ernsthaft hier auf die Mauer. Das ist doch eine Verarsche, Mann. Och, Mann. Zwei Minuten haben wir noch. So, Königin gezündet. Ja, zwei Minuten. Zwei Minuten, okay. So, das heißt, ich muss... Oh, fuck, ich habe die Königin zu früh gezündet. Vielleicht geht sie noch doch, sie geht aufs Lager, sehr schön. Alter, und ich habe aber nur Barge. Oh, ich will da aber rein. Zack, ich beende 48. Nee, eigentlich ist es egal. Ich hoffe... Ich hoffe... Ohne Witz, ich hoffe, meine Angriffslocke hat sich noch nicht resettet. Doch, es passt noch. Zwei Stück kann ich noch machen. Das heißt, noch mal ganz schnell meine Helden jammen und ich hoffe, ich kann jetzt hier irgendwie noch etwas reißen. So, wie lange haben wir noch? Ja, zwei Minuten, bummelig. Ich hau hier die Rage Spells raus, wie nichts Gutes. Ich habe jetzt gar keine Zauber mit. Machen wir es so, dass wenn wir einen Angriff finden, dass wir ihn noch fertig machen würden. Ja, 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 ja. Okay, klar, logisch. Okay, dann jamme ich mir noch mal schnell meine Zauber. Ganz einfache Sache. Oh, schön, voll in die Riesenbombereien. Directly in my face, Alter. Oh, schön. Oh, bitte, macht hinne. Oh, nein, Alter. Nein, mit so einer... Das hat sich jetzt aber richtig gelohnt. Also vom Gold her, das passt auf jeden Fall. Okay. Da denkt jemand, du bist Mr. Mobile Fanboy. Okay. Oh, läuft fast. Ich habe den... Ich habe nicht den... Nicht den akademischen Grat von ihm. Hm, ich frage mich gerade... Da könnte ich reingehen. Doch, das könnte sich lohnen. Warte mal, ich gucke mal gerade. Ich habe meine Zauber. Eine Minute noch. Ja, das schaffen wir. Doch, dann mache ich den jetzt hier noch als letzten Angriff. Ah, zack, nochmal gejammt hier. Sweet, nochmal gejammt. So, und jetzt hier auch nochmal die Queen. Einfach nochmal ein Jam rein. Ja, komm. Ja, klar. Er hat natürlich Clam-Bug-Gruppen. So, also das ist jetzt sozusagen offiziell der letzte Angriff. Egal, 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 wie lange er dauert. Es ist egal. Ach so, ist jetzt schon aus von der Zeit? Nee, 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 nee. Ist noch nicht, ist noch nicht. So, sobald's, äh, sobald's klingelt, muss ich halt eben auch den angreifen. Und dann, äh, muss ich... Oh, jetzt 20 Sekunden nur noch. Wenn sich's gar nicht lohnt, dann würde ich ihn aber auch nicht angreifen. Okay. Gucken wir mal. Ah, scheiße, jetzt wird hier... Komm, 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 Bogenschützen, die snacken sich noch ein bisschen Gold weg. Sehr schön. Die Königin geht natürlich mal wieder top auf eine Mauer. So muss das. Naja, die Bogen... Doch, sie haben noch einiges an Gold bekommen. Sehr schön, 44%. Ja, hier, jetzt, jetzt muss ich den angreifen. Okay. Ich hab beendet. Das war mein letzter Angriff. Nochmal sehr schön. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut gefarmt. Ich bin mir grad echt... Ich bin grad richtig unsicher. Ich bin grad richtig... Oh, und die Händen laufen draußen rum. Ich bin richtig zufrieden mit meinem Ergebnis. Okay. Und das hab ich schon lang nicht mehr bei einer Challenge gesagt. Es kann schon sein, dass ich jetzt wirklich gewinne. Jetzt hör auf, Alter. Mach mir keine Angst, Junge. Okay, schau aber jetzt noch mal... Schau noch nicht im Stream. Nein, 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 genau, genau. Nee, 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 alles cool. Mit dem Überraschungseffekt. Ja, genau, auf jeden Fall. Wie gesagt, heute der erste Platz von den Likes bekommt heute einen Dorfbesuch am Ende. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt hab, schön aufs Handy schlagen, schön auf den Like-Knopf kloppen. Wenn euer Handy dabei kaputt geht... Nein, noch nicht ganz. Wir übernehmen keine Haftung. Genau, ja, ja, ist immer so eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, wir übernehmen dafür keine Haftung. Alter, ich hab den richtig schön ausgezogen, Alter. So richtig schön. So, einmal noch ganz kurz den Top-Liker. Und zwar ist es immer noch, Lauin 12. Mit? Danach kommt Till Nater und danach der Muschelichtle. Nicht Muschelichtle, Guse, wa? Ich hab, ich, ich halt mich da komplett zu... Ich weiß, was du denkst. Ich hab grad, das war nur noch bei mir ein schöner Tau in Hall 8. Und, äh, den nehm ich jetzt gerade. Kommt, dem klau ich alles. Hey, machst du das nochmal in Angriff, oder wie? Nee, nee, nein, 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 nein. Der ist gerade noch. Also, ich hab angegriffen, als die Zeit zu Ende war. Ja, dann kann ich ja theoretisch schon zusammenrechnen. Genau, du kannst zusammenrechnen. Ich mach's ganz genau, oder? Sagen wir, wir runden die, also die Hunderterstellen auf. Genau, ja, 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 das passt, genau. Also, so schlecht war's nicht. Okay, mein Ergebnis steht fest. Okay, erzähl. Okay, sollen wir zuerst die kleinen Stellen sagen? Genau, genau, genau. Also, die, die, die letzte, Null, klar. Ja, klar, also, die, genau, die, bis, bis, ja. Genau, ähm, dann... Also, sag mal deine, deine... Meine... Ich sag mal, wenn's 30.000 sind zum Beispiel, sag mal die Stelle, ähm, die, also zum Beispiel die Null jetzt bei der 30.000. Genau, also bei der... Dann bist du 5. Da hab ich eine 1. Dann kommt bei mir eine 2. Dann kommt eine 7. Dann kommt bei mir eine 7. Nee, dann bist du verkehrt. Hä, was? Du, bei 30.000... Achso, nee, okay. Nee, stopp. Achso, nicht in die... Also, die vierte von rechts ist eine 0. Genau, das ist bei mir eine 5. Okay, dann die erste, äh, die, die, die... Die dritte. Die dritte von links. Die dritte von links ist eine 1. Ist eine 2. Jetzt kommt das Wichtige. Jetzt eine 7. 7. Nein! Ja. Alter, nein! Wir müssen nochmal zählen. Nee, ich hab nochmal eine 1. Ja, klar, logisch. Also, ich hab eine Million... Was, was, was sind's? Eine Million... Du hast eine Million 725.000... Und ich hab eine Million 710.000. Alter, liegen wir so directly dicht beieinander? Alter, so knapp. Was? Alter, ist das krass. Eine Million 725.000. Okay, nee, dann bist du... Ja, dann, 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 dann kann ich's nicht mit dem Auf- und Abrunden, äh, kriegen wir's nicht hin. Also, dann hab ich definitiv verloren. Und wie gesagt, ich steh natürlich dazu. Also, wie war, wie war das jetzt? Was soll ich machen? Du musst jetzt einen Full-Lava-Hound-Angriff, ähm, machen. Genau, genau, genau. Und dann irgendwie 3 Sterne bekommen, kassieren. Kleinen Moment, kleinen Moment. Ich setz noch oben einen drauf. Wie gesagt, ihr seht's dann im Video natürlich zusätzlich. Ähm, ich, ich mach das jetzt gerade mal. Und ich jamme sogar. Ist mir scheißegal. Okay, warte, dann komm ich ja bei in deinen Clan rein und wir sehen uns das Gameplay, das Replay dann gleich an. Genau. Ja, ja, vollkommen richtig. Genau, dann kann ich das Replay posten, ganz genau. Und dann ist das nämlich Shiggy. Sehr schön. Boah, ey, nee, mega nice. Mega nice. So knapp, Alter. Nee, aber so muss es sein. Ich hab nicht gedacht, dass ich als Rathaus 10 dich mit einem Rathaus 9 besiegen kann. Ja, da siehst du, da siehst du mal, da siehst du mal, was los ist. Ähm, aber dass wir so knapp beieinander liegen, das hätt ich nicht gedacht. So jetzt, ich hau hier jetzt echt halt wirklich die Gems raus, aber ich hab jetzt in der Folge 500 Gems verbraten. Ja, ich hab auch schon, warte mal, lass mich, ja, ich hab auch 450. Richtig, richtig übel. So, jetzt hau ich, ach so, genau, jetzt die Lava-Hunde, die fang ich schon mal zumindest an zum Bauen. Und jetzt hau ich nochmal Bartsch raus, einfach noch einen Angriff. Die 200 Gems. Der Pimmelberger ist im Chat. Sehr geiles Ding, ja. Ja, das hat er letztes Mal auch schon geschrieben, am Montag. Pimmelberger, grüß, Kuse war von mir. Vielen, vielen Dank, ja klar, ich fühle mich natürlich gegrüßt, ich hab's ja selber gelesen, weil ich ja auch noch nebenbei den Chat offen habe. Ja klar, ich bin auch immer offen. So, jetzt. Also ich meine, es ist im Endeffekt, das ist vielleicht 1% von den Zuschauern. Aber das ist halt 1% bekommen. Er hat natürlich erstmal YOLO und Rache in der Clanburg. Klar, läuft halt. Ja, wie gesagt, es ist vielleicht 1% von den Zuschauern, die da negativ sind. Aber das reicht schon, das ist schon echt negativ genug. So, und ich verstehe auch nicht, wie diese Gerüchte entstehen. Da schreiben viele Leute das Castle Clash, kennst du das? Ja. Dass das vor Clash of Clans gebracht wurde, aber das stimmt einfach nicht. Das ist einfach ein Gerücht, das nicht stimmt. Und da frage ich mich, woher kommt das? Ich schreib mal kurz den Kommentar, Castle Clash, Doppelpunkt. Das war im, was war's, September, oder? Alter, der Drache bumst meine... Alter. 4 November, 13. Richtig. Ey, wann ist Clash of Clans rausgekommen, weißt du das? Weil, wie gesagt, ich war ja nie so, ich bin ja Spätzug-COC dazugekommen. Und deswegen, äh, ja. Ja, gut, ich schau mal schnell Clash auf. Ich, ich, ich hätte alles, ich hätte, alles hätte er in einer CB haben können. Und er hat einen Drache drin. Wirklich? Alter, richtig, richtig Fail. Aber, wie gesagt, so soll's sein. Wie gesagt, ich steh halt einfach dazu, wie gesagt, Gems gewasted ohne Ende. Aber, ähm, ja, dann kannst du jetzt einfach mal so ganz schön in den Clan kommen. Achso, ja, mach, nee, mach du erst mal ansonsten. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. So, ja, achso, ich mach mal nebenbei mit dem Video Schluss. Ich wünsch euch was. Ihr haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Lichle sagt auch noch kurz Tschüss. Jo, ähm, wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.